Ich bin der Michael Rudroff vom Bayerischen Roten Kreuz in Bamberg. Wir sind jetzt hier im Stadtteil Wildensorg auf unserem Bauernhof-Kindergarten des BRK-Kreisverbandes. Unser Bauernhof-Kindergarten ist ganz besonders, weil wir wirklich eine Bio-Landwirtschaft direkt vor Ort haben. Die Kinder erleben hier wirklich, wie Lebensmittel hergestellt wird, wie der Bauer arbeitet. Sie erleben, was für eine Arbeit dahinter steckt und dass man nicht einfach nur Lebensmittel im Supermarkt kaufen kann, sondern dass da auch ganz viel Arbeit dahinter steckt und dass es auch wertgeschätzt wird. Also unsere Kinder sind den ganzen Tag draußen. Wir haben nur einen Schäferwagen hier, den wir nutzen, wenn es wirklich ganz schlechtes Wetter ist. Ansonsten sind wir überwiegend draußen und wir haben hier sehr viele Schafe, 50, 60 Schafe, 20, 30 Ziegen und wir haben auch ein paar Hühner und ein paar Wachteln, die uns Eier geben.